Also wie ihr seht, bauen wir jetzt das Waldfest auf mit den letzten Helfern, die wir noch haben und legen dann am Donnerstag richtig los mit unserem Festumzug. Der Festumzug, der ist dieses Jahr was ganz besonderes, weil der Markus Wassmeier mit seiner Truppe dabei ist und sein Museumsbier am Bahnhof ausschenkt. Um 17 Uhr geht es los, es gibt Freibier von Markus, von uns gibt es die Brezeln dazu, die Blasmusik sprühen und dann gehen wir mit dem Festzug gemeinsam hier raus zum Waldfestplatz und eröffnen das Waldfest. Der Bürgermeister, der Markus, will anschapfen und die Bierkönigin, die bayerische Bierkönigin hat sich auch angekündigt. Also ihr müsst unbedingt in Chemon dabei sein. Vielen Dank.